Mein erstes Bundesligaspiel gegen Augsburg. Nervosität und ein bisschen Respekt davor, vor der Kulisse. Hat aber ganz gut geklappt, deswegen ist es bei mir am meisten in Erinnerung geblieben. Für mich ganz klar Philipp Lahm. Einfach die gleiche Position, was er erreicht hat und mit welcher Konstant er sowas erreicht hat, finde ich einfach Wahnsinn und hat mich schon früher immer fasziniert. Dass es meiner Familie gut geht, dass es mir gut geht und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ganz klar Helden aus der zweiten Reihe. El Taxi. Pommes. Schwierig. Mich interessieren mehrere Dinge so im normalen Leben, aber ich habe eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht, deswegen wäre ich vielleicht auch Sport- und Fitnesskaufmann geworden.